Vorjahr, Mati und Lucy, am Ende Matej und Gabriela. Wir werden sehen, auf jeden Fall der nächste Matej jetzt. Und als erstes Element die Twizzits. Er hat leider in der letzten Umdrehung ein bisschen gewackelt, aber die Idee war auf jeden Fall gut. Das scheint was Tschechisch zu sein, auch Mati hat das Problem, wenn es wir sind. Sehr schöne erste Passage vom Samba. Und die zweite Passage vom Samba. Wie man schon sieht, auf jeden Fall mit sehr viel mehr Schwung als die Paare davor. Und die zweite Passage vom Samba. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020